Man schiebt es hinaus, man schiebt es hinaus und man möchte nicht wahrhaben, dass es irgendwann vorbei ist, aber der Tag ist da, wo ich meinen Abschied bekannt gebe. Ich bin jeden Tag wirklich mit einer Freude zum Training gefahren und habe mich gefreut, meine tollen Kollegen zu sehen und das alles jetzt dann irgendwann nicht mehr zu haben, ist schwierig. Wir haben ein Exklusivinterview vom Steffen in dieser Sendung. Es gibt natürlich O-Töne, wie man dazu sagt. Was einfacher wird oder was jetzt das erste Mal seit Langem ist, er fährt mit uns auf Urlaub in den Ferien. Er wird auch nächstes Jahr in den Semesterferien mit uns Skifahren fahren. Das hatten wir noch nie in 16 Jahren, dass er mit uns auf Urlaub, also Skifahren war. Und Familienurlaub hatten wir auch schon seit sieben, acht, neun Jahren keinen. Einschalten, die Rapid Viertelstunde auf W24 kommender Freitag 19.15 Uhr oder im Internet www.w24.at Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.